Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Moin und Willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute präsentieren wir euch von LGB das neue Krokodil mit der Artikelnummer 23407 vor. Ich hoffe es gefällt euch, weil es schon kälter ist, müssen wir es hier ins Keller verlegen. Aber es wird bestimmt auch schön. Ciao! Nächster Halb St. Moritz Nächster Halb Samedan Nächster Halb Bewer Nächster Halb Breda Nächster Halb Bergün Nächster Halb Willisur Nächster Halb Tiefenkastel Nächster Halb Tuzis Nächster Halb Rezins Nächster Halb Buraduz Nächster Halb Reichenau Tamins Nächster Halb Felsberg Nächster Halb Chur West Nächster Halb Chur Bitte alle einsteigen. Vorsicht bei der Abfahrt. Nächster Halbrett Nächster Halb Queer Nächster Halb Breda Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Halt St. Moritz. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst ein Like da und abonniert. Das wäre fein. Ciao.